Ja, ich bin die Anna und das ist die Sophia und die studiert derzeit im Masterstudium Psychologie an der SFU mit klinischem Schwerpunkt am Standort Linz. Ja, und wir haben sie für das Psychologiestudium entschieden an der SFU in Linz, weil wir sehr zu schätzen wissen, dass es hier so kleine Gruppengrößen gibt und man hat eben wirklich das Gefühl, dass man von den Lehrenden auch ernst genommen wird und dass die eigene Meinung auch auswertig ist. Und außerdem wird von Anfang an eben viel Praxisbezug hergestellt, das heißt wir machen für Rollenspiele, so ein Theater und Präsentationen in Gruppen und das ist sehr wichtig erfüllt. Ja, und der Hauptgrund, warum wir uns für den klinischen Master entschieden haben, ist, weil uns die SFU garantiert, dass wir die nötigen CDS-Buch im klinischen Bereich machen können, die dann für die postgraduelle Ausbildung erforderlich sind und das war für uns eigentlich der Hauptgrund, warum wir uns für den klinischen Master entschieden haben. Ja, und außerdem war für uns auch noch sehr wichtig, dass wir das Studium in Mindeststudienzeit abschließen können und das wird eben an der SFU gewährleistet, also wenn man mitlernt, wenn man die Prüfungen macht, dann ist es wirklich sicher, dass man es auch in Mindeststudienzeit schafft. Und aus dem Grund haben wir uns entschieden, dass wir an der SFU studieren und wir können es gerne weiter empfehlen. Ja. Ja.